das ist auch ein schönes Level, das ist ein sehr, sehr schönes Level, weil wir Toko Gero gebrauchen. Och, ich hasse Toko Gero. Da geht's nicht hin. Oder er gesagt, noch nicht. Das hat jetzt überhaupt nichts gebracht. Oh, ja. Hm, ja. Hm, ja. Oh, not, ach, komm, nee. Ja. Ach, komm, ist mir Lotex. Oh, Elektrofleer muss ich, da oben ist einmal das Hammerbeat. Ich muss gucken, wie ich da hinkomme. Da oben ist irgendwas, ja, ist mir egal. Ich will nur gucken, wie ich da hinkomme. Ach, naja, wenn ich später herausfinde. Das ist bestimmt da oben, wo ich später da bin. Wow. Ah. Ich geh drauf. Erneut. So. Oh, wo kommst du her? Okay. Okay. Erneutruhe. Cool, geil. So, das heißt, ich muss jetzt zurück. Nein, diesmal lasse ich Djen drin. Ich tue mir jetzt hier den ganz rein. Schau dir. Der ist weg. Oh, ich hab grad meinen Schauling eingesetzt. Fuck, so. Fuck. Oh. Nochmal raus. Nochmal rein. Trudor da oben stehen lassen. Diesmal lock ich diesen Typen hier ran. Komm. Gut. Oh nein. So, der ist weg. Oh. Oh, ja. Schauling. So. So, jetzt da oben lang. Oh, das waren zwei. Oh. Den hab ich voll. Oh. Raus. Rein. Safe-Safe. So. Tokagero. Raus. Oh. Schauling. Rein. So, jetzt. Jetzt zu gerne. Hm. 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 Ja. Kein Kommentar. So, zum zweiten Idioten. Shit. So, der ist tot. Weiter geht's. Jetzt muss ich da oben lang. Aber ich muss daran denken, dass dieser Idiot auch noch da ist. Und aus irgendeinem Grund hat er zweimal den Angriff überlebt. So, jetzt geht's zurück. So, da hoch. Verpisse er sich. Ah, okay. Hamburger. Ja, ich kann ihn sehr gut gebrochen. Ich sag dreimal die Giftverschrift mit dem Scheiß. So, wo ist der... Magath... Zahmabit. So, der müsste dann... jetzt sogar hier sein. Knapp verschätzt. Hier. Hier. Jawohl. Jetzt darf ich aber nochmal zurück. Oh, nein. Shit, ich bin schlecht. So, jetzt kommt der Linie-Meister auch noch. Und wir müssen uns aus dem Maul. So. Moment, es ist oben noch aktiviert. Nein, das heißt, da nochmal zurücklaufen. So, ich muss sagen, das war cool. Zu knapp. Äh, zu knapp, zu kurz. Und da hab ich überhaupt vergessen zu springen. So. Nein. Jetzt ist der Kerl... Den meinte ich eigentlich nicht. Oh, wie du mich grad ansackst. So. Wow, ich mach Schaden, aber übel. Multi-Hits. Bam, 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 bam. So. Du willst sterben. Ich will wissen, was da ist. Gar nichts. Auch gut. Okay. Oh, aber das coolste wird hier... Äh, ist... Der geilste Bossgegner wird hier sein. Was zur Hölle? Warte, in was für einem Zustand war ich eben? Das will ich wissen. Das will ich jetzt nachlesen, wie dieser Zustand heißt. Greif mich an. Okay. No attack. Cool. Schauen. Oh. Homo. Homo. Der ist weg. Der ist noch da. Oh. Habe ich schon Homo gesagt. Was will ich mit so viel Gegengift? Freundchen, du gehst mir tierisch auf den Sack. So eine Frage ist hier was. Indirekt ja. Na, aber da will ich nicht hin. Obwohl, guck mir doch nochmal. Das hier vielleicht was, was sich lohnt, hier hinzukommen. Nein, es ist nicht okay. Kann ich gleich hinbekommen. Und der Boss. Ja, und der kämpft halt gegen den, weil er halt denkt, er ist stärker. Ja, so ist es halt. Okay, let's go gegen meinen Lieblingsgegner. Scheiße. Hm. Oh, shit. Oh. Ja, es ist schwer herauszufinden, wo er gerade angreift. Er hat nämlich zwei dieser Moves. Und schön. Oh, shit. Alter. Alter. Boah. Boah. Ich habe nur eine Nudelsuppe. Ja, und der Rest ist natürlich alles gegengifft. Oh ja, war klar. Oh shit. Oh, ich schiebe mir die Nudelsuppe rein. Steh auf, jo. Und ich habe ihn weggebootzt. Yeah, mehr Chakra. Und jetzt kriegen wir meinen Lieblingsschutzgeist. Bason. Ach, ich tausche mal hier mit Mikro. Da kommt Mikro hin. Und hier Bason. Welcher Move ist das hier von Bason? Der. Der ist auch cool. Eigentlich ist es nicht der Move, den ich meinte. Ich will den, den man in Kombination mit Black Raven macht. Scheiße. Weil Black Raven kriege ich jetzt ein Glück. wird die Tukagero benutzt oder Mick ich nehme und der da oben trifft hätte mich getroffen 90 der mitsch gesehen scheiße oh Mist BOSON ja nee ist klar ja und hier kann man auch so toll ausweichen aber BOSON ist einfach nur geil der macht ich brauche eine Nudelsuppe schild schild ich war recht Köln die solchen darüber kommen Ah, so. Ich bin tot. Weg hier, oh shit, kein... Nein, nein, nein. Das schaffe ich. Ich sagte, das schaffe ich. Danach kaufe ich mir ganz viel Nudelsuppe oder sonst nichts. Scheiß. Oh! Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Ich bin ja so scheiße. Komm, fick dich. Jetzt bin ich sauer. Ich sagte, jetzt bin ich sauer. Sage Bock, du. Oh. Ach, falls ich gleich zu heulen anfange, ne? Also, normal. Oh, wieso hab ich die Taste wieder gedrückt? Oh, mein Gott. So. Och, nö. Halt. Halt. Level geschafft. Okay. Nächstes Level. Ch 2002. Ich, das.